Musik Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir befinden uns hier auf dem Gelände von Friedrich Heinrich in Kamp-Lindfurt. Im Jahre 1906 wurde hier der erste Spatensticht getan und die Zeche Friedrich Heinrich wurde hier gegründet. Hinter mir sehen Sie den sogenannten Schacht 2, diesen grünen Turm. Und dieser Schacht 2 hat im Jahre 1912 die erste Kohle gefördert. Danach wurde dann der Schacht 1, den Sie auf der anderen Seite sehen, in Betrieb genommen und er hat dann die gesamte Kohleförderung übernommen. Nachdem er die Kohleförderung übernommen hatte, wurde aus dem Schacht 2, den Sie hier gerade noch sehen, wurde dieser Schacht als Wetterschacht genutzt und gleichzeitig wurden damit die Kumpels in den Berg hinein gefahren. Im Jahre 2012 war nun plötzlich Schluss mit der Kohleförderung hier am Niederrhein und dieses Gelände lag brach. Es wurde renaturiert und wurde dann im Jahre 2020 Bestandteil der Landesgartenschau hier am Niederrhein, hier in Kamp-Lindfurt. Diese beiden Monumente hinter mir, die Sie dort sehen, waren sicherlich die Hauptbestandteile dieser ganzen Landesgartenschau inklusive von Kloster Kamp. Und ich denke einfach mal, wir werden uns gleich noch weiterhin über den Bergbau unterhalten. Und dazu habe ich mir Ott Matile eingeladen und Ott Matile wird uns noch einiges erzählen können zu den letzten verbleibenden Bergwerken hier am Niederrhein. Untertitelung des ZDF, 2020 Erstmal schönen guten Tag, Ott Matile, ich denke mal, wir haben uns ja schon öfter gesehen. Ott Matile, du bist ja nun kein Kumpel, das weiß ich ja nun ganz genau, wie bist du zur Kohle gekommen? Nee, also mit dem Bergbau hatte ich früher überhaupt nichts zu tun. Das ist eigentlich mehr dadurch gekommen, dass ich fotografiere mit Drohnen und auch außer Hand. Und da hat sich das hier am Niederrhein sehr gut angeboten, dass wir hier noch einige Zechenreste, muss man leider sagen, haben. Und dadurch bin ich auf die Idee gekommen, das mal alles so ein bisschen fotografisch festzuhalten und auch filmisch, so mit Drohnen gefilmt, auch festzuhalten. Ja, welche Zechen gibt es hier noch an Niederrhein? Ja, wir haben jetzt noch ganz klar hier in Kamp-Linswald Friedrich-Heinrich, dann haben wir Friedrich-Heinrich-Schacht 3, das ist eine ganz kleine Zeche, da wurde 2017 der Förderturm auch abgebaut. Aber die restlichen Gebäude stehen noch, was heißt hier Gebäude, ziemlich zertrümmert alles da. Ist verkauft, aber tut sich da gar nichts. Dann haben wir in Neukirchen-Flühn, das ist ein Niederberg, dann hätten wir noch in Tönig-Vorst, das ist Niederberg-Schacht 4. Dann haben wir noch Schacht Jert, das ist in Duisburg-Bahl. Dort sind jetzt die fünf Stück, die wir noch eigentlich hier so am linken Niederrhein haben. Und ich war eigentlich im Prinzip gesehen schon überall, habe auch von allem, von allem Drohnenaufnahmen, Videos, sowie auch Bilder gemacht. Und bei einigen Zechen haben wir, mein Kumpel und ich natürlich, der auch immer mit mir unterwegs ist, haben wir eigentlich auch viele Bilder machen können mit der Handkamera. Ja, und wir waren auch auf einigen Geländen drauf, ist nicht ganz so erlaubt, aber gut, okay, wenn man da was unternehmen will und das festhalten will, muss man manchmal den Weg gehen. Das heißt also, wir werden diese Bilder wahrscheinlich auch demnächst irgendwann zu sehen bekommen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe die schon zur Größe Zeit zusammengestellt, vieles hatte ich auch schon fertig gemacht. Die Filme sind fertig, die Bilder sind eigentlich auch alle fertig, auch von Rossenrei. Rossenrei ist leider heute alles komplett weg, aber ich habe von 2017 an den Abriss Rossenrei dann doch mitnehmen können. Und ich hatte mal das Glück gehabt, beziehungsweise wir, mein Kumpel und ich hatten das Glück gehabt, dass wir dann auf einmal mit Erlaubnis sogar Rossenrei drauf durften. Dadurch konnte ich auch Innenaufnahmen von Rossenrei machen, was auch sehr gut war. Ja, wo wir gerade über Innenaufnahmen sprechen, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch und da hattest du angedeutet, dass wir uns eventuell den Lehrstollen hier in Kamp-Lindford ansehen können. Ich denke, da werden wir sicherlich dann auch noch filmen dürfen, oder? Ich habe vor einigen Wochen am Lehrstollen mich eingefunden und habe dann mal mit den Leuten gesprochen. Und das ist kein Problem, da Filmaufnahmen zu machen. Und ich habe da jemanden, einen ehemaligen Bergmann, der wäre auch dazu bereit, uns ein Interview zu geben. So wie er die ganze Sache in seinem Bergmannsleben, in seinem Kumpelleben eben halt verfolgt hat und mitbekommen hat. Und der andere Kumpel von dem Peter, der macht uns dann den Stollen auf, dass wir außerhalb der Öffnungszeiten da rein können, weil sonst vielleicht Leute uns da stören könnten. Und der wird uns dann noch einiges zum Lehrstollen zeigen und auch erklären. Dadurch können wir da auch Filmaufnahmen beziehungsweise auch noch mal Bilder machen. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, damit sind wir heute mit unserem kleinen Vortrag hier zu Ende. Aber ich denke einfach mal, freuen Sie sich drauf auf unsere neue Sendung, freuen Sie sich drauf, auch mit uns mal gemeinsam in die Vergangenheit zurückzugehen und einfach mal zu schauen, was war am Niederrhein hier los? Was hat hier am Niederrhein unsere ganze Wirtschaft beflügelt? Denn es war die Kohle. Die Kohle war das, was hier den Niederrhein hochgehalten hat und was Deutschland wieder nach dem Krieg aufgebaut hat. Dankeschön, dass Sie zugehört haben und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Ja gut, dann noch eins noch. Ich habe mir von Peter sagen lassen, ohne Friedrich Heinrich gäbe es Kamp-Lindford überhaupt nicht. Das ist vollkommen richtig. Das war die Kamp-Lindford-Heide. Hier gab es nichts. Und durch die Zeche Friedrich Heinrich ist Kamp-Lindford entstanden. Und ich vermute auch, dass die anderen Städte durch die Zechenanlagen alle dadurch groß geworden sind. Genau so ist es. Schade ist es eigentlich aus meiner Sicht heutzutage, dass der Kohleabbau eingestellt worden ist. Denn gerade jetzt in dieser Zeit sind wir sehr dringend darauf angewiesen. Ja, ich kann nur sagen, Dankeschön, dass wir heute hier dieses Interview führen durften. Und ich denke einfach mal, wir sehen uns. Ich habe dir zu danken und dann bis die Tage dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.